Ich weiß nicht, was sie für einen Brustumfang hat. Schick einfach mal Link, ich sag dir das. Schickst du deinen Paypoint zurück, oder? Willkommen zu El Selma Nummer 7. Das heißt, das Finale kommt noch. Das sind acht Folgen. Manchmal macht sie ganz gute Sachen und ansonsten macht sie so ein bisschen ihr Ding und läuft da rum wie so ein Poro. Klein, süß und flauschig, aber halt nutzlos. Alles gut, komm mit, komm mit, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt Max helfen. Okay. Okay. Na gut. Jinx, wie läuft es mit deinem Freund? Scheiße. Es läuft. Nein. Ich meine Support und ich zusammen schaffen wir alles. Ich verstehe die Lacher nicht, das war 100% ernst gemeint. Das ist so süß. Jesus Christ. Sitten und Gebräuche. Der Hodenwald ist eine uralte Kulturlandschaft, in der sich ganz eigene Sitten und Gebräuche gebildet haben, die oft mit den wichtigen Ressourcen des Gebiets zu tun haben. Eiersuche. An bestimmten Tagen. Jeder kehrt mit einem Lächeln aus Vagina City zurück. Freizeitgestaltung. Die Besucher betätigen sich mit Poolplanschen, rhythmischer Gymnastik und Hügelrutschen. Nur Führungen in die Mine werden oft zu bizarren Preisen veranstaltet. Verm****n Lieder kommen oft kostenlos, aber nicht folgenlos in den Stollen. Deinen Mund ziehst es. Alter, Digger. Alter. Digger. Ist vorbei. Ich habe es einmal ganz am Anfang gebaut, als der Patch rauskommt, da wusste ich noch nichts. Du weißt auch immer jetzt immer noch nichts. Das war ein schlechter Witz und vorhersehbar, Paul, werd kreativer. Okay. Ich bin nicht krank. I guess. Du bist nicht krank. Also immer. Paul, guck mal. Ich höre an deiner Stimme schon dein Doppelkinn. Also sei leise. Oh. Link macht einfach jetzt den Mund auf beim Reden. Sonst hat er das nur gemacht, wenn man mit ihm alleine im Zimmer war. Was? Was? Tim. Bis Dennis. Bis später Silje. Okay, sorry. Oh mein Gott. Max ist Afka und... Max. Ja, wir haben ja auch eben gewonnen. Das heißt, er ist jetzt Afka. Er lässt sich erstmal beide Buffs nehmen. Nein. Max, du bist tot. Max. Ja. Wo? Ich bin... Wo ist der Buff? Der ist weg. Nein, Bart, du f... Junge, du hast nicht wirklich meinen Blubuff genommen. Ich war pinkeln, hab ich doch gesagt. I'm sorry. Ich bin so... Ich hab das gehört, dass der... Hallo da. Ich bin so... Hat der ist da gar nicht gespawnt? Ich bin doch... Du hast 68 Farben nach 15,5 Minuten, Junge. Hör auf, über Farben zu heulen. Weißt du, warum das liegt? Weißt du, warum ich keinen Fall mache? Nein. Ich wusste, dass du es sagst. War schön mit dir, Paulchen, ne? Hey. Nächstes Mal, wenn du intest, sag Bescheid vorher. Du trinkingsstück. Du trinkingsstück. Scheiße. Singles, wenn man weiß, dass er mich lieb hat, ist es ganz okay. Aber gute Szene fürs Video. Ich schneide das, was ich danach gesagt habe, einfach raus. Ich dachte, wer läuft denn da so dumm? Und das war ich. Ich stehe einfach nur als kleiner Fett, sagt er. Ja. Und als Timo. Wo ist eigentlich mein Supporter? Der gankt gerade Mitte. Der roamed. Auf Level 2. Ja. Cool, danke. Was machst du denn hier eigentlich? Komm, Drake. Nein, nicht. Er ist Level 2. Mach doch Glück jetzt. Lass doch. Wir brauchen das, Max. Ja, okay. Wir brauchen das, Max. Das ist wichtig für uns. Ja, Corona, jetzt gib ihm doch helfen. Was machen wir denn? Komm jetzt alle. Der kann sich gut entscheiden, der Junge. Geht weg. Ja, dann nein, ja. Hätten wir einfach den Drake gemacht, der nichts passiert. Alter, Junge, haltet einfach eure... Corona, ich hab einen Tipp fürs nächste Game. Na? Spiel nicht Bart. Ich hab einen Tipp fürs nächste Game. Spiel gar nicht. Like dieses Video, kommentiert dieses Video, abonniert meinen Kanal und teilt meine Videos. So weird.